Musik Die halten nur einen Schuss aus, aber wenn sie dich sehen, kannst du damit rechnen, dass du drauf gehst God Hätten sie lieber ein paar Quests aller bemalenden Bau machen sollen Anstatt diese fuck Gegner Da grind ich lieber irgendwas, bevor ich solche Gegner hinmahle Und ich stelle mich jetzt da nicht mal dumm an Ich meine, die springen einen einfach an und fertig Danach musst du erstmal wieder vor die Flinte übergehen Was ist jetzt halt? Diese Bunker sind halt auch komplett nicht genutzt worden vom Entwickler Äh, wo geht's hier raus? Da geht's raus Ich meine, es ist jedes Mal dasselbe Ich reg mich wahrscheinlich jetzt auch gerade einfach zu viel auf, aber Es stimmt halt aber auch leider Aber, aber, aber Ich meine, okay, bei Bunker kannst du das noch verstehen, aber ich glaube, der kommt keine Sau, dass er draußen Was, was habe ich irgendwo gelesen? Das sind Ikea-Häuser, die schauen alle gleich aus So, naja, wo geht's denn? Oh, das ist neu Das muss wohl eins von diesen modernen Bildern sein Das sind zwei Bilder drüber Und übereinander Schau, das schaut aus wie das rechte Nee Auf jeden Fall haben es da zwei Bilder übereinander geknallt Es fehlt auch einfach ein Crafting-System in dem Spiel Nicht jedes Spiel muss Crafting haben, aber Dem würde das gut tun Aha, close Könnte auch sein, dass ich mich gerade wiederhole, aber Ja Ist halt so Was ist denn das? Das Spezialklo? Ich meine, schaut euch das mal an Oh Ein kleines billiges Klo mit Rucksack Ein kleines billiges Klo Und dann kommt das Star-Büro Äh, Star-Klo mit Dusche Bestimmtes Frauentoilette Da haben sie Karten gespielt Mau, mau Ja, jetzt hier ist es momentan nicht mehr wie looten Das ist immer komplett neu, ne? Jetzt ist mal wieder neuer Raum da Okay, dann ist der Bunga noch nicht komplett so wie alle anderen Oder ich habe die Stelle nicht gefunden Das kann natürlich auch sein Man weiß es nicht Man weiß es nicht Wie aber vorher schon mal ein paar Mal erwähnt Das Spiel ist eher was für eine Gruppe Ich alleine habe natürlich Auch meinen Spaß Auch wenn ich jetzt die letzte halbe Stunde sehr viel zu meckern hatte Weil es mir richtig auf den Sack ging Aber Es macht trotzdem irgendwie noch Spaß Das Zeug zu erkunden Also Ja gut, man muss auch dazu sagen Ich bin auch Einer von denen Der wohl ja auch mal schnell mal 70 70 oder 80 Folgen Autsch Fallout 76 aufgenommen hat Weil es halt einfach Spaß gemacht hat Ständig rumzulaufen Sachen zu erkunden Sachen zu finden Aber es gab dann auch ein paar Sachen Die sind einem richtig auf die Nüsse gegangen Ich sollte vielleicht mal aufhören Ständig von meinem Sack zu sprechen Das geht mir auf den Sack Hier geht mir auf die Nüsse Das geht mir auf die Eier Hä? Ach, das ist der Raum vom Anfang Wo die alle vergast waren Also Nochmal dasselbe Sagen wir mal so Der hinten wollen wir auch noch nehmen Scheiße, wie viele Räume gibt es denn hier? Aha Auch mal ein neuer Raum Räumt beides nicht Nein, nicht alles nicht fertig Das kann man nichts nehmen Das kann man nichts nehmen Geiles Deutsch, ey Wobei das heute wahrscheinlich Lupensprache ist, aber Alles nehmen Ja, ja, ist okay Machen wir Platz Oh, da Raketenwerfer Was ist das da eigentlich? Postenpatronen Kaliber 12 Bin ich denn gerne streuen? Ablegen 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 Scheiß auf Schottenmunition Nee, mein Muni habe ich noch Okay, passt So, was haben wir jetzt da Schönes? Äh... Also, wir müssen bis mittleren sind B2-Vergerissen im Standard An Waffe anbringen Automatgefähr Ablegen 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 Brauchen wir alles nicht Schau doch gut aus Schau doch gut aus Ich weiß ja, dass ich hier wahrscheinlich nichts finden werde Außer das bisschen Loot und so Aber ich muss es alles mitnehmen Ich muss Verdammt Ich hasse, wenn sowas passiert Aha Es ist immer wichtig, am Klo seine Munition dabei zu haben Stellt euch vor, ihr werdet beim Scheißen erschossen Das wäre, das würde voll die Kacke Oder wäre die Kacke am Dampfen Nee Nee, nee, nee Scheiß, wo ging es jetzt hier nochmal raus? Hier irgendwo Da lang Ich glaube, ich habe den Bunker, aber Habe ich den jetzt eigentlich erkundet? Norris at home Over and out Man kann nur hoffen Zurück hier lassen Den Gegenständen Achso, ja stimmt Ich kann hier hinten auch noch Türen öffnen Oh, scheiße Oh, scheiße Ach da Ah, fuck Doppelt Dreieck Jetzt Okay, in dem anderen Raum ist auch noch was Hallo, steh auf Jetzt Was zurücklassen die Gegenstände Das ist doch ein Scheißraum weiter Ah, das ist aber klar Ich könnte ein Whiteboard mitnehmen Ihr kleinen Scheißarschgeigen Oh Major Lindgren, komm Rapportera status Vad i helvete händer där borta? Leverera full rapport på nämnda fientliga maskiner Major Lindgren, bekräfta kontakt, komm Sag mal, Schweden ist doch voll von deutsch mit Ist doch voll deutsch mit drin, oder? Major E Was der geil was Mega kontakt, komm Oh Hä Ist doch nix Oh Da Mehr lesen Berichte über feindliche Taktiken Wir wurden von diesen Dingen in der Nähe der Kirche um 13 Uhr überfallen Es war ein Schwarm kleinerer Maschinen, so groß wie eine große Ratte Sie krabbeln auf dem Boden herum, können sich durch alle möglichen Öffnungen in Gebäude einschleichen und springen einen pausenlos an Sie sind nicht sehr stabil Wir haben es geschafft, ein paar von ihnen zu erledigen Bevor wir uns zurückziehen mussten Es ist jedoch schwer, eine klare Schusslinie zu bekommen Empfehlt das Verwenden von Nahkampfangriffen mit großer Streuung Möglicherweise Vogeldunst Munition Oh, ich bin fertig Warte mal, gab es da hinten noch irgendwas? Wenn ich schon hier bin, sehe ich es nicht ein, dass ich jetzt weglaufe Oh Stimmt, hier komme ich ja eh raus Hier waren doch lauter Maschinen Da hinten ist die Kirche, wo die gemeint haben, wo die angegriffen wurden Aha, 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 aha Naja gut, dann rollen nicht, ne Diese pösen, pösen Maschinen Sie konnten ein paar von diesen kleinen Maschinen besiegen Da muss ich dann wiederum dran denken Da würde ich halt eigentlich nicht wundern, wenn du die Dinger einfach packen könntest Und gegen die nächste Wand schmeißen kannst Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie schwer so ein Scheißding ist, ne Aber Wozu hell laufe ich eigentlich hin? Da hin Ich will aber in die andere Richtung Man kann nur helfen Weltmission Hä? Die ist doch fertig Warte, aber ist das so eine Maschine? Oh, verdammte Scheiße Das ist eine große Scheiße Aber ich habe eine Panzerfaust, aber die zerstört die glaube ich nicht ganz Sheet Shit, some crazy bitch Lendrop, torp Äh, ein Steinkreis Relais Antenne Release Relais Antenne, so rum eher Drauf hat er zwei Tanks, oder? Ne, das ist ein Raketenwerfer Scheiße Äh, zack Schwierigkeit, Mittelentfernung Raketenkapsel Naja Wir müssen es zerstören Gut, muss man nicht, aber ich will es zerstören Ich will mir nicht so einen von diesem Scheißviechern mal klappmachen Alter, schau dir das mal an Was ist jetzt noch mal mit diesem kleinen Arschloch spinnen? Das hat doch eh schon genug zu tun Aber warte mal, warte mal, warte mal Profil Fertigkeiten Wir haben hier einen Markierungsinfo Komponentenschaden Schwierigkeit angeben Ja, das ist scheiße Dein Basiswiderstand gegen Gas Super, um 10% Das bringt auch einem gar nichts Komponentenschaden Komponentenschaden Das ist das nächste EMP-Experiore Wirksamkeit von EMP-Waffen wie Batterie-Raketen Das Problem ist halt Hat der irgendwo einen Tank Und sind da hinten auch Viecher Ich meine, vom Haus aus kann ich den bestimmt einfacher besiegen Die Garage ist offen, seit wann ist denn das? Cool, mehr Muni Rakete Oh, ne Waffe Der sieht mich aber auch nicht, ne Also an dem vorbeikommen könnte ich locker Ich meine, ich stehe hier Wenigstens mal ein Gegner Der, der mich nicht auf 10 km entfernt Und sofort weiß Ich glaube, da hinten wird ein Mensch rum Oh Was hab ich noch gefunden? Keine Ahnung Alter, ist der groß Und ein Haufen kleine Maschinen Ah, der ist die Mich ja trotzdem Oh Mann Ähm Was ist Platz 1? Muss ich das wirklich erst zuweisen? Scheiße Weißt du, wie er in der locker leicht wieder zurückläuft? Was ist der? Okay, ich habe einen Haufen Der da, ist er Ah scheiße, jetzt muss er nachladen. Oh ne, das Ding lebt immer noch. Ist das Komponenten-Schaden? Immer glaub ich, das war so... Oh... Ah! Scheiße! Boah, ich wusste immer, dass man die Fenster zerlegen kann. Ach komm schon, hat er sich jetzt wegdrängen lassen von dem Heim? Ah... Ach komm, ich wusste immer, dass ich das hier weiß. Wir haben die Fenster zergeb Consider. Wenn du auf eine schwache B-Rot? Ich habe die Fenster hier vorestimation. Und dann bin ich ein Mikro von mir ins Ahren. Wenn Sie die Fenster kosten, dann um die Fenster wieder zuhören. Wenn Sie die Fenster des Messers erinnern, dann einfach nach sie zu können. Dann sind dann die Fenster auf. Wenn Sie hier, um dich, die Fenster des Mangel. Wenn Sie das nur mit einer Schwester, drehen Sie nicht alle. Das ist eine zweite, warum ist das schon wieder einer? Hast du mir jetzt gerade erzählt, dass da noch einer ist? Okay, komm schon Der läuft ein bisschen komisch aber Ist der jetzt endlich hier? Immer noch nie Oh Gott, habe ich daneben geschossen? Ich habe keine Ahnung Yes, Mann Oh, da oben steht einer Bin ich gut Ey, wie viel von denen ranieren hier noch rein? Fertig jetzt endlich Oh Hä? Wo ist der eine eigentlich hingestammt? Oh Ach, komm schon Oh 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 Dann